So, ich schau jetzt mal, wo wir dort hin müssen. Wo ich noch kaum Felikopter aus. Klopzt. Wo... Wo müssen wir denn hin, bitte? Schön. Der hat das überlebt. Ja, weil es du gerade einen gesehen hast. So. Ah, da ist. Ich habe schon markiert. Warte mal. Wieso sind wir denn in einem Feud? Ich bin in einem Feud. Das wird jetzt, glaube ich, übel, Renat. Scherze, Scherze. Okay. Okay. Boah, schießen das Boden reinhoffen. Wo bist denn du? Ein Helikopter. Sind Sie tot? Nein. Ich schau. Markus legt mich nicht an. Du bist tot, Mann. Markus, fährt dich, hier ist direkt einer, gell? Ja, ich weiß schon, aber der ist gleich zugekriegt. Da ist der einer, gell? Jawohl, ich sage. Stopp. Frank ist noch einer. Bei mir, der Kuleros. Ja, da sind noch zwei jetzt. Ja, rechts ist noch einer bei einem Heißlacken. Und einer ist gerade in... Ja, jetzt ist noch einer bei einem Heißlacken. Sieh'n wir schon? Markiert ist er, eh? Ah. Keine Bellen haben noch weggepäht. So, dann schauen wir mal. Also, ich weiß schon, wo es hingeht. Ja, ich weiß schon, wo es hingeht, wo er fliegt. Ja, der Markus weiß, wo es hingeht, er fliegt. Nein, wir fliegen nicht mit einem Fast-Tribbeln, weil das ist auf der anderen Seite von der Map. Ja, du kannst Fast-Tribbeln, wir nicht. Nein, ich tue Fast-Tribbeln und das wird dann noch getrebbeln. Das heißt, wir haben eigentlich... Das ist ein Lieber-Trad, das würde man noch machen. Das ist noch ein relativer Zachsgebiet. Und Kuan. Kuan ist ein zwei Snapper-Scops. Satz ist so. Okay. Okay. Best we can tell, these subs follow one of the tributaries up to the Amazon, then into the Atlantic for a transit to the Florida coast. Jesus, it's a couple thousand miles. Exactly. The man running the program is called El Cerebro. We've got almost nothing on this guy. The rumor happens, it's some kind of genius, a real man, science-type. Ah, da ist er. We know he's been ordering all kinds of military-grade electronics to have a sub-redubability. We need to minimize what's going on in Kaimana. Ja. Get me all the intel you can on their submarine-obs. Aber ich sag das gleich in der Nacht, fang, äh, suche ich deinen Ficker nicht. If you reaction will intel on the Cartel-Submarine-Fleet, take them out. Let's put some herd on El Cerebro, see how he reacts. Maybe he'll make a mistake and we can grab him. Genau. Ah, jetzt ist er wieder da. In der Nacht. Achso, ich hab gesagt, in der Nacht suche ich den Tenten nicht. Wieso, wieso? Der ist ja unsichtbar. Du wust. Ja, der ist auch nicht immer unsichtbar für den Hofführer mal, weil sonst wird's sowieso faszin. Da gibt's doch irgendwie Firmware-Mission oder was, oder nicht? Okay, da ist was. Ja, sicher ist da was. Wo ist er denn? Hast du einen Marker gesetzt? Story-Mission. Speak with the girl. Okay, passt. Ja, der ist ja auch fast. Ah, 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 ah. Ah, 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 ichh. Mache, da kann man da an Ding jünger sein, oder? Sicher, gut, habe ich. Ja, da geht's gut. Da schaut's wirklich geil aus, wie bei einem Predator. Müssen wir jetzt starten, oder? Okay. Ich... ich weiß nicht. Es hat... Es hat sie töten. Es hat sie töten. Sie hat sie töten. Ja. Ja. Nein. Ich. Die Dschungel. Die Dschungel in Caimanes. Es ist lebendig. Es hat sie rausgebracht und sie in den Inferno genommen. Wie kamst du weg? Ich habe es nicht. Es hat mich nicht verletzt. Der Monster konnte sich fühlen, dass ich kein Bedürfnis war. Okay. El Monstro. Na dann, was müssen wir. Was? Ja, jetzt müssen wir zu den Sights und den wahrscheinlich suchen. Zu den drei da? Ja. Da da. Aber wie ist ein Melikopter? Ist das weit weg? Das sind 600, 900 Meter also. Ja, das ist schön. Wenn wir drüber fliegen, vielleicht sehen wir es dann. Nein. Alles klar. Ich glaube, dass das scripted ist. Du musst sowieso alle drei durchsuchen an den letzten Iser. Ja. Ganz egal, in welchen Reihenfolge du das machst. Also, ich habe das Wärmebild drin. Da ist was, da ist was. Direkt unter uns. Ah ja. Nein, das ist was anderes. Ich warte im Helikopter. Warte mal. Und jetzt sind die zu Hause, gell. Nicht, dass die in der Kanala sind, scheiß, weil. Und jetzt tun wir alle mal nachgeladen. What the fuck happened to them? Ich habe gesehen, dass die Kartell ein bisschen sadistische Scheiß machen. Aber das ist wirklich aus dem Film. Wer ist denn der Kartell? Wer ist denn der andere? So geil. Ja, gehen wir. Da gehen wir zu Fuß, ein paar hundert Meter. 300 Meter wegen jedem. Ist ja sicher viel mehr Atmo, wenn man das tut. Ja. Stellt ja vor, irgendeiner... Irgendeiner fliegt geschissen mit einem Helikopter, crashed und braun. Und crashed auf dem Predator drauf. Und crashed auf dem Predator drauf und tot ist er. Und mission accomplished. Ja. So da. Mit was für einer... Spielst du das mit Wärme, mit Firmal Vision? Nee, oder? Nein, dabei nicht. Höher! Uh! Ich glaube, da schläft er. Firmal Vision sagt... Das ist die Basis. Jesus. Ihr seht das? No way a Machete did that. Sehr gut. Clean. Ja, jetzt wird's ernst. Nein, jetzt wird's ernst. Nein, jetzt wird's ernst. Na, aber eins muss man dazu sagen. Ich glaube, dass durch den Fluss schwimmen wahrscheinlich nur lebensbedrohlich ist wie der Predator. Schau dir das Zeichen bei dir da an. Was? Wo hab's denn nicht? Du kriegst 5.000 Krankheiten, wenn du durchgeschwimmst. Du bist eh als Backups, ja. Du bist, du bist, du bist, du bist nicht im Aussiegift. Du kriegst alle Krankheiten jetzt. Wo ist denn da links? Ist das Raumschiff fern? Was? Da links, auch ferns. Na ja, da wo siehst du da Raumschiff? Na ja, es ist auf jeden Fall irgendwas da. Ist der... Ah ja. Oha. So, Achtung. Normalerweise ist jetzt der Moment, wo so atmosphärische Musik ertönt und ein Quick-Safe-Button. Das ist... Ist das echt? In welchen Sinne? Fuck, wenn ich es weiß. Ja, ich glaub schon. Kann man damit fliegen? Nein. Wandern wir, oder? Ja, es ist ja sogar die Predator-Muse im Hintergrund. Ich geh einfach einmal ganz allein vorne an. Hey, da vorne ist's gut! Das kriegen, eh? Ja. Da rennen wir jetzt mal nach. Also rennen. Geh. Ganz langsam. Ganz langsam. So, mit Fömmel, wie... ...wir... 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 Na, aber das heißt, der ist ja schon verletzt. Der ist ja schon... ...angwarnt, quasi. ...aangewarnt, quasi. ...aarnt, das ist wieder safe. Is er? Ist er an? Nein. Ja. Ist der da vorne? Ja, der war der unsichtbaren Mann. Ja, aber in Firmal Vision muss ich ihn sehen. Den ihm glaube ich nicht, oder? Ich weiß noch, was die denn aus jetzt. Was ist denn da? Warte mal, der Herz ist da. Warte mal. Fuck, Alter. Zeigst du da was? Boah, der ist da irgendwo. Der ist da nirgends mehr. Ja, Alter, außer es ist gescriptet. Aber man sieht ihn nirgends. Ja, man sieht es nirgends mehr. Was hast denn du gehört? Ja. Ja, aber Firmal Vision da siegsten. Nicht unbedingt, der ist ein Alien. Der hat sicher irgendwas dagegen. Vor allem, wenn sie auch das die ganze Zeit verwenden. Da vorne ist ein Blut. Ja, der war nicht da. Ich sag's dir. Ja, ich siehst zum Beispiel, Blal und so weiter vom Baumaube gefallen, wo er wirklich gesprungen ist. Da ist auch eine Leiche. Ja, aber könnte es auch der Wink gewesen sein, bitte? Ja. Ich meine, es stürmt, Meister. Alter. Hast du den Film überhaupt überhaupt nicht gesehen? Da vorne ist er. Da vorne ist er. Was ist das? Also Firmal Vision nirgends. Ja nicht. Sag ich sieh was? Nein, der ist weggekennt. Nein, der ist aufgerufen. Und dann hat er sie unsichtbar gemacht. Das hat man gehört. Das taugt man nicht. Warte, 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 warte schnell. Ich tu ein anderes Copa auf den Snapper rauf. Ich weiß wohl, dass ich auch auf die Nähe schießen kann. Jetzt habe ich ihn nicht schnell genug umgeschüttet auf Firmrecht. Schaut mal auf die Baum rauf, weil der ist sicher oben unterwegs. Der ist so schwer, der kann ja gar nicht so hoch springen. Du hast ihn wirklich nicht gesehen, oder? Ich glaube jetzt wird's. Ah, da ist er! Wo ist er? Oh Mann, ist er. Wo ist er? Der ist schon wieder weg. Ich weiß ja gar nicht, wo ist er. Ich weiß ja gar nicht, wo ist er. Wir haben nichts gesehen. Oh Mann, ist er. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Gebiet, wo er uns juckt. Das vorne ist er Blut. Ja. Schütze euch einmal zusammen jetzt. Da in die Richtung will jetzt rein. Ja, hörst du das auch, gell. Da ist er Blut. Was tut hier? Da ist er! Der ist weggegschampt. Und da ist er. Da hat's die harte Sniper rein, wenn's geht. Da ist er! Man sieht's nicht ganz leicht. Alter! Gehen wir mal zu der weiten S... Ja. Und da bleiben wir mal. Ich klick auf 6. Da ist er! Der ist direkt bei uns! Ja genau da! Der ist nicht mehr da! Ja der ist mitten unter uns praktisch! Ja! Da da! Ja der ist mitten unter uns praktisch! Ja! Da da! 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 Da hinten ist er! Da! 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 Wir wissen anders, als wir jetzt. Hast du eigentlich die Drohne schon wiederbelebt? Ja, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie es funktioniert, ganz ehrlich gesagt. Nein, das dauert zu lang. Nein, das geht sofort. Du fliegst zu, du drückst drauf und der ist wiederbelebt. Aber geht das bei mehr als einer auch? Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass immer einer lebt. Ey, ich weiß doch nicht, was dauert. Warte doch mal. Ich schau mal, was können wir denn im Load nehmen? Wie funktioniert das Reviven? Ich habe das jetzt dann equipt, aber... Ich tue mal jetzt dort. Halt. Ich mach mal die ganze Suppressor-Scheiße weg. Ey, das brauch ich nicht, aber... Nein, ich schau. Fuck. Und dann tun wir als Secondarying der LMG oder was ein, was Damage macht, oder nicht? Mhm. Lmg statt der Sniper, meinst du? Das geht auch. Ja. Hätte ich zu mir schon so gesehen. Aber die machen alle so ein wenig Damage. Nein, ich lasse beim Granatwerfen bei der Sniper. Ja, ich bin am überlegen, ob ich nicht an den Granatwerfer gehe. Und LMG für Schießen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich Primary umschalte auf... Ja, wobei, der geht auch nicht so gut. Ich probier's jetzt wirklich mal mit LMG. Warte mal noch kurz... Hey, Meiri, hast du das schon mal ausprobiert mit der Drohne? Nein, das hab ich noch nicht. Weil bei mir steht nämlich nichts da. Das heißt, ich hab's equipt, aber... Normalerweise steht da Druck-D-Tasten für das und das, ne? Und da steht aber nix. Okay, gehen wir wieder mal Fiere zum Wappen-Cash. Ist ja richtig nett, dass da Wappen-Cash ist eigentlich, oder? Nein, wir sind engagiert. Ja, ja. Hinter uns, hinter uns. Immer... Da vorne steht er. Ich hab so das Gefühl, dass LMG gar nicht das blöde zu ist. Wahrscheinlich halt. Der war halt genau bei uns, der Wichser. Ja, war er. Ja, aber was wir auf jeden Fall richtig machen, dass wir ständig in Bewegung bleiben. Wo ist er? Wo ist er? Ja, der... Da ist er gerade vorbei gekommen. Hinter. Perfekt. Der gerade kriegt? Ja, anscheinend. Er ist, der dieserbiere ist nicht zu lösen. ićist wie die Laura nehmen, dass er absch colocar wurde. Oh nein, dieser bis zum tief noch empfue. Oh ja... Oh nein! Wenn du den Laser siehst, bist du eigentlich schon tot. Was war das jetzt? Der Laser. Warte, 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 ich hoffe es geht. Er renn kann davon, er ist jetzt hinter uns. Wir müssen warten, wir müssen noch warten. Stopp, Leute, der Laser! Du musst gleich drauf schießen, wenn es mit dem Laser ist. Ja. Stopp, äh, ich darf. Ja. Ich weiß, wie man... Also... Mit dem Laser wird sich gleich draufballern und er bricht ab. Sobald der Laser da ist, musst du einen Hit machen. Nein. Anders stirbst du. Und wenn es nur ein bisschen einer ist, Du kannst ihn ausweichen, kannst du nicht, oder? Nein. Also, vielleicht hinlegen. Das kannst du vielleicht hinhaben. Nein, ich bin gelegen, eigentlich. Ja, aber die Harabi hat sich dann niedergelegt, oder? Und dann hat er dich getroffen. Nein, das kommt also. Ja. Nein, aber ich glaube... Auf jeden Fall müssen wir ihn hitten. Wir müssen ihn sofort hitten. Mach! Mach! Du kannst ihn controlled... Hinter. So da. Endlich bringt's ... Endlich bringt's ist ja dann nicht, wenn man der Deppert in der Gegend umrennt. Weil der Laser trifft ja sowieso... Wie meinst du? Du kannst ihn controlled... Da, da ist er. Er ist relativ nah. Die Frage ist... Da, ich sehe jetzt einen Renner, oder? Er ist in der Süd. In der Mischung, glaube ich, sehe. Hinter. Er tut mir gescheit. Scheiß Pisse. Der hat er gar nicht erwischt. Nein, hat er auch nicht. Er hat er die ganze Zeit schon nicht erwischt. Ja, aber er hat auch noch nie geschossen. Doch. Er hat schon... Mir hat er zumindest einmal angezündet. Ja, angezündet. Aber jetzt ist er aber... Dieser Projekt hingeflogen. Ja. Ist direkt zu dir hingeflogen. Ja, wo ich drauf... Warte, warte, warte. Jetzt... Wir müssen aufpassen, dass jeder, im Grunde genommen... Seine Ecken... Seine Ecken abgedeckt. Und das geht's. Ja, das sind... Ich bleib da jetzt und da steh. Jeder hat einfach... Das sind Bereiche, wo ich jeden anderen auch decken kann. Nein, jeder hat 120 Grad. Oh... Ah, scheiße. Der andere... Nein, nicht der einer. Nicht der einer. Nicht der einer. Der andere schaut damit und nicht mehr schießt. Was ist? Achso. Okay. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Warte, hinter, hinter, hinter. Es hilft auch, wenn ein... Du Arsch, du. Scheiße, paar Munition. Oder, wo Feng. Dass, mitten drin stand bei uns. Mhm. Na, na,ectoränge, nein. Mann, 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 Mann. Scheiße, wir sind hier. Jetzt habe ich mich wegengedruckt sogar, aber das ist ... Geht aus. Du kannst draufschießen, was du willst. Oh, das war halt schlecht, pechigsterась. Dann habe ich drauf geschossen, alter. Das gibt's ja nicht. Das war halt schon gut. Naja, ich weiß auch nicht, wieviel ich das mitgemacht hab Ja, die Mote entwähnt sie gewesen sein Ja, aber wir wissen jetzt, er macht ja keine Close-Quarter-Combat-Action, also er hat ja keine... Kein Takedown oder irgend sowas Anscheinend zumindest nicht Wer fällt denn da jetzt? Ich probier's ja da einmal mit eingehen Oh scheiße, der ist bei mir Okay, warte, ich komm schon aus! Der ist mir mega steil, oder? Du, du, du weiter mal Der ist nimmer bei dir, die Hörner da hinten Ja, ich weiss Hey, scheiße, da gehst du Okay, passt, dann decken wir die anderen Seiten Wo war der? Wohin Der Brauzück kommt Wahrscheinlich unten Der schießt da nämlich an den links rein, glaube ich Was ist das da? Der schießt von unten Ich darf die schießen, aber er schießt den ganzen den Boden rein Alien-Koffer Jetzt ist er gesprungen, jetzt ist er irgendwo in der Mitte, oder nicht? Wo weiß ich noch im Bahn Warte, ich mach mal den Reload Wenn er blüht, trifft man Ja So wie jetzt und zugleich Das Problem ist, teilweise schieß ich drauf und der blüht nicht Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was das für Scheiße ist Also, ich deck mal nur meine Seiten jetzt Nein, ich sehe ihn ja nicht Nein, ich hab ihn schon gehabt Ja, genau hinterm Bahn Der ist genau in der Mitte im Ring stand bei uns Ja, das ist aber wurscht Scheiße Ist er adaptiert? Ja Dann haben wir kurz Pause Okay, passt Alles wieder da? Alles wieder da Ich müsste da mal re-logen, gellst du grad? Nein, laden da bei der Waffe und denkst du noch, das geht viel schneller Bei der Waffe und dich Ich hab ihn erwischt, aber ich bin da Ich bin auch da Nein, hey, weißt du, was wir tun Wir gehen ja neu zu der Baumzube Dann kannst du nämlich ausweichen Wart Den Schuss Jetzt bin ich gleich tot Ich will müssen, das ist eine geile Idee Wart, da ist ein Motor Habt ihr das gar gesehen? Was war das? Das war ein Motor, Mann Wart, der Motor auch noch? Der steht unten, der steht unten Der steht unten Wo steht er? Da unten steht er, glaube ich Nicht angreifen, nicht angreifen Nicht angreifen, was? Ich weiß nämlich, jetzt gegen einen Stuhl Jetzt hab ich ihn angreifen müssen Ich weiß, ich habe sogar mal vieles Sind wir alle ab? Ja, ja Okay Hey, die Musik hat sich geändert Ich muss reloaden Ich muss nur da unten re-endern, ich seh's, ich seh's Okay, ich mach wieder mein Gebiet Der ist wieder unten, der steht wieder unten Der ist wieder unten, der steht wieder unten Bin mir sicher, ich hab nämlich vorher So eine rote Naja, hab ich auch gesehen, aber Ja Und eine Sache, die wir jetzt haben Und da hat der Markus schon recht Ist die Frage, ob man nicht ein bissel Zu den Bahnen zu gehen Zu den Bahnen zu gehen Zu die Bahnen zu gehen Weil da gehst du einfach gleich rum mit Dann trifft ihr ihn ja nicht Oder beim Stein, wo ich erst war Aber Warte Ja Ich tu nochmal schnell ein wenig Ich kühle Ich weiß auch nicht genau, wie wir da am gescheitesten tun Aber weißt du, jetzt haben wir immer das Problem erzielt auch Wenn du ihn nicht hast, dann bist du tot Genau Nein, selbst wenn du ihn noch anschießt, kannst du schon zu spät sein Ja, genau Weil da geht er, da bliebt er zwar, aber das Teil fliegt schon Warte noch, Meiri, warte noch Wenn wir zum Beispiel so einen Bambuswald da hätten, ja Dann war das vielleicht gar nicht so blöd, wo man nicht da vielleicht 200 Ja, schießt er bei Bambus nicht durch oder so Nein, ich weiß nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall irgendein Terrain, das uns ein bisschen besser entgegenkommt In der Nähe von der Kiste, und ein bisschen tiefer, damit du ihn nicht immer auffischierst Ja, nicht der tiefer Tiefer, tiefer Tiefer, tiefer Na ja Jetzt ist ja was gehört jetzt Probieren wir es einfach da, wo wir uns stehen Ja Ja, der macht ihn wo Ja, der da da Das Problem ist, da sehen wir ihn auch praktisch nicht, gell Ja Probieren wir es Ich mach einmal, ich weiß nicht, warte Ich mach einmal, ich suche mir einmal 120 Grad aus Die, die mir kehren Der war direkt neben mir jetzt Aber jetzt hat er ihn gefressen gekriegt, der Wichser Wie reden wir denn? Nachladen Da kann er uns nicht anschießen, der Wichser Ich lehne ihn auch noch Warte, der ist auf dem Stein, warte, siehst du? Ich bin ja gar nicht unter dem Baum gegangen Was? Ich hab voll geholt Da drehen darf Wir bleiben auf jeden Fall da, da ist das Geil Ja, wir schießen einfach um die Baum rund um Die ganze Zeit Ja, das gibt's ja nicht auf den Hund, da hab ich jetzt so draufgekommen, das ist ja unglaublich Das ist ein großes Ja, das war wirklich Ein Punkt Das ist ein großes Fokus. Nachlohner. Der rennt davon, hinterher, ist weg. Geh kauen wir die Drohne auf wie da an, die haben gar kein markieren, Alter. Du kannst den sogar markieren. Ah! Fuck! Nachlohner? Ja. Alter. Wieso steht dir die ganze Zeit in mir, der Ficker? Warte, nachlohner. Da rennt er. Nachlohner. Da ist er! Warte. Ist er weg. Das ist voll real. Da oben. Warte, da oben. Das ist gut da. Warte, bleib, bleib, bleib. Das ist gut. Uh, das war ein Mutterteil. Ja, die hat er, gell. Ja. Bei mir ist es auch eins da. Warte, das... Der schießt da drüber. Genau wo wir sind. Was sind das für Teile? Sind das Minen oder was? Bei dem Meer ist auch eins. Nein. Nein. Die sind nicht ausgegangen. Nein, sofort einfach wegrennen. So dass er die nicht mehr sieht. Scheiße. Scheiße, Scheiße! Hinter! Ach, wo sind die? Hey, da war kein rohner Strich nimmer. Ich hab ihn noch gesehen. Nein. Da war ja... Ich hab ja gesehen. Fuck! Aber das war geil jetzt. Jetzt haben wir ihn so oft abballert. Ja. Wir sind sogar zu die Mörter-Geschichten gekommen. Und da durchgekommen. Ich glaub, dass das jetzt irgendein Stage ist. Ja, das ist ja... Es könnte die letzte Stage sein, wo er einen Laser nimmer braucht. Aber die ist eh arsch. Dann siehst du ihn gar nicht mehr, den Wechsel. Ja, da gibt's sicher... So, der Meir ist grad schiffen, glaube ich. Mhm. Hm. Ja, ich glaub, was weiß ich, ist das so nicht gelandet. Hm. Aber im G. wirkt er wirklich fast am Helden. Im G. ist wird. Ist zwar nicht stark, aber er macht gleich viel... Man schießt da voll oft drauf. Man kostet Magazingröße. Magazingrößte. Magazingrößtes. Ist das eh jeder ausgerüstet, glaub ich jetzt, oder mehr? Ich hab kein Traum mehr für mich, um seinen Strategien zu sagen. Ich meine, das einzige, was du da noch probieren kannst, dass du ein Traum ausrucht ausrust, was eine totale Rate of Fire hat. Also irgendein SMG oder so, was. Ja, aber auf die Distanz. Aber SMGs hab ich auch nicht so gut ein Gefühl. Wenn ich das Skorpion´ hätte... Benitesg oder so. Weiß ich nicht. Ich hab' da gar nix noch, aber... Ich hab' da gar nix noch, aber... So da... Ich hab' da so scheiße gekürt... Ich hab' da... Du schießt dreimal und dann bist du wieder drübergezogen. Ja, wir haben das jetzt a bissl... Das ist jetzt a bissl blöd gelaufen eigentlich gewesen. Aber grundsätzlich... Ich hoffe und ich hoffe... Wir waren einfach in der letzten Station... Warte mal, können wir eh schon, oder? Na ja... Die Waffen ist auch nicht klasse. Das ist ein Shotgun-Nightout bei LM People. Das ist geil. So da... Naja, das Problem ist, er hat jetzt Open Fire gehabt. Das war das. Und jetzt ist er da. Da oben war er. Habt's ihn gesehen? Sollen wir da auf unserem Platz schauen? Ja. Okay. Da oben rennen. Abflicke. Nein, ich hab' da oben gelesen, da i die Pfeile ich hin schaue. Ich deck' eher die Seiten... Ich hab' da' notes im Nordpfeile nicht. Wo ich jetzt hin schaue. Oh. Da ist er dazwischen Da ist direkt neben mir gestanden Aber in der Nacht siehst du ihn überhaupt nicht, bitte Ja, hinter dir Schade, dass man keinen Einen haben, weil die da nur einfach zusammenhauen Oh, der es weit weg gibt Das wird da Nein Da hinterher ist das Schaden, oder? Hey, los Wenn er nach dem Schießen bleibt er nur das Seil dort und rennt dann weg Das wird einfach drauf bleiben Nein, nein Jetzt habe ich ihn gut erwischt Jetzt wird er gleich anfangen zu sehen Jetzt steht er anders als mit Scherz, oder? Jetzt steht er anders als mit Scherz, oder? Er tut andere Plätze Jetzt steht er eher bei mir Ja, aber du wärst auch nicht anbiss beim Baum, glaube ich Ja, aber ich brauch den Baum Ja Jetzt ist er direkt bei euch Oh, scheiße, jetzt ist es gleich Mund egal, glaube ich Ja, dann gehen wir schnell vier Bevor die harte Ding anfängt Nein, nein, nein Ich renne mich auch Ja Ja, dann rennen wir vier So, der hat gerade auf mich geschossen Oder er hat es probiert zumindest Ja, er hat es probiert Der Baum ist völlig schwer sein Das hat er wieder in Deckung, gell Das Geile ist, noch ein Zeilen sieht man auch schon geistert Das Geile ist, er schießt da wie auf dich hinter dem Baum Ja, das... Stopp Deswegen stehe ich bei einem scheiß Baum Ich höre es, wenn er auch zieht Die Trieb Venet Noch unten 如果 da Der A axis Ja, Aut fate Ja, dann Die Triebungstatten So, jetzt Noch unten agi Du Ja, evtl Rauscht zum glück gibt es keine fremdliche feier das wird da und die decken er hat wieder gegen den bamm geschossen Seid ihr ab? Ja. Der steht nur immer dort. Pass auf. Der hat uns beide geputzt mit dem. Warte mal. Wirklich? Er steht eh nur bei hinten. Er steht hinten beim Baum. Warte. Das war jetzt nicht so klasse. Jetzt hat er den. Er zieht dich auch. Ich komm nicht so ein. Das ist das Problem, solange der da steht. Er zieht auch, er zieht auch hinten stehen. Warte. Wann habt ihr das in den W sparen? 200 Sekunden. 200 Sekunden. Er zieht auch hinten stehen. Jetzt ist er weggesprungen. Jetzt reviven. Er zieht da, er zieht da hinten stehen. Ohohoho. Er steht noch wie da vorne. Ich muss nachladen. Er zieht da hinten stehen. Ja passt. Nein, er zieht da hinten stehen. Wah. Warte mal. Er ist down. Er ist down. Confirm the Predator's death. Nein, er steht da. Der Depp. Ja, aber... Ich schieß drauf und... Das ist eine Tobe-Explosion. Renn. Renn. Der Gelbe-Bereich. Renn. Ich sehe keinen Gelbe-Bereich nicht, oder? Lass uns zurück, Markus. Ja, muss ich eh. Run-Fahrer ist dran. Das ist nur eine Last. Das ist eine Last, aber renne. Das war schon zu wissen, oder? Ja. Aber normalerweise ist das Atompompen, aber... Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Alter Faaattt. Alter Faaattt. Das war eine geile Mission. Das war echt Genast. Das war zinnig. Mit dem One-Hit war mehr auf einmal der Schießt, und Slyss die ganze Zeit gekillt. Alter Schwede. Ich bedanke mich jetzt bei deinem wunderbaren Baum, der vor mir gestanden ist. Warte, und ich bete gleich zu deinem Fösen. Ich glaube, der hat 20 Mal daneben gegen den scheiß Baum geschossen. Danke, 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 danke. Der Fösen ist ganz schwarz von den flotten Einschüssen. Unglaublich. Okay, ich sag nie wieder was gegen LMG sagen, aber... Ich werde trotzdem nicht damit spielen. Nein, es gibt so. Es gibt so Momente, ich weiß schon. Ja, ich weiß, ich wisse nicht mit was anderem. Ist dir eine Flauze, ist dir eine Füße, es macht ein bisschen Damage, passt. Ja, nice. Passt. Was haben wir da jetzt ein schönes Krieg? Ich glaube, du kriegst ja nicht einen Scheiß, aber dieses Entlebnis. Ja, Masken hast du gekriegt. Habt ihr was gekriegt? Ja, du kriegst eine Maske. Ah ja, Appearance. Body Details. Left... Na. Faceware. Doch, Predator Countdown. Ja, das geil ist, das hört sich dann nämlich auch so an oder so irgendwas. Ja. Thermal Vision ist dann Predator Vision Software. Wirklich? Ja. Ja. Du hast nämlich dann auch die Predator Background Sounds. Die Dschungel Sounds oder was? Ja. Das haben sie geil gemacht. Ja. Ich habe hier mal gesungen. Da ist die DLC, glaube ich. Eben, vielleicht eben, dass das mit dem DLC zusammenhängt. Nein, ich hab wirklich nichts gekriegt. Hast du was gekriegt, Meire? Ja, ja, der hat auch die Kult. Der hat auch die Uli-DLCs. Ach so, vielleicht hab ich den gar nicht. Genau. Auch verschiedene Waffen unserer Zeug hast du gar nicht, was wir haben. Das sind nämlich ganz schön viele, gell? Ich weiß schon. Ja, wir überreffen, dass wir die DLC zusammenhängt. Wenn du bei den Waffen schaust, überall wo irgendwas dabei ist, was das vorhin beim Namen, das ist mir speziell auch für das Pack, was wir da haben. Na ja. Teilweise. Manche gibt's per DLC, manche gibt's nicht im Store und so weiter. Das kommt irgendwie drauf an. Ja. Nein, ich hab schon Locked Wappens, aber... Ja, Locked Wappens hab ich auch noch. Nein. Aber... Es gibt welche, die haben da so Totenkopf-Sybole, und ich glaub, die kann ich nicht... Es steht aber eh dabei, wie man's kriegt, also... Ja, Access to store to unlock this item. Ja. 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 Ja.